Hey Bertl, sag mal, weißt du was heute Nacht passiert ist? Hey, hallo! Was gibt's? Ich weiß von nix. Wir haben die zweieinhalbtausend Follower bei YouTube geknackt. Wow, YouTube? Zweieinhalbtausend Follower? Das ist ja Wahnsinn! Geil! Habe ich so schnell auch nicht gerechnet, aber mega cool! Und danke an die Community da draußen, das ist der Hammer! Dann würde ich sagen, danke Community! Ihr seid echt toll! Und wir sind echt stolz! Ja Leute, schreibt uns doch einfach unten in die Kommentare, was ihr gut findet bei uns, was ihr besser haben möchtet, was euch noch interessiert. Unter allen Teilnehmern, die in die Kommentare schreiben, verlosen wir ein Battleground-Hoodie. Haut in die Tasten! Danke nochmal für die 2.500 Abos und auf die nächsten 2.500, denn unser Ziel ist Minimum 5-stellig! Jawohl! Also, danke schön, haut rein in die Tasten! Ja wieder, danke euch. For 2.500 Follower는 auf dem Battleground-SKanzle oder SPG-SKantle, auf YouTube! Und, natürlich, haben wir eine Cons German adesso palaceiert. Schreibt noch mal was ihr photoschild, was ihr habt, was ihr gericht? Was ihr von uns chce dulz, was wir in die Zukunft machen können. Da können wir zur Verfügung stehen. Als Papier von Battleground foi ab стало, was ihr auf den nächsten Venntatüren seja gerult! Untertitelung des ZDF, 2020